ARD Text im Auftrag von Funk 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 Alter wir sind so Special Ops hoch 10 ey Special Ops Motherfucker aus Amerika das beste was ich zu bieten Oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott Oh Gott ich bin fast tot Amerikaaaaa fuck yeah den hab ich Oh das war unser Schockmöglichkeit mit dem Helix Ja gut es gibt ja auch noch andere ne Ja nur der ist jetzt weg Feind am Boden Amerikaaaa fuck yeah Ähm nein Darüber will ich nicht so Glaub wir haben hier alles Warte ne hier sind noch Warte Megas Jump Oh Gott ein Michi kommt Nein lass dich nicht von ihm überfahren Was ich überfahre doch niemand Hä wo sind wir denn Ja das habt ihr grad ewig gesehen in Aufnahmen Also es wurde nicht aufgenommen Aber die ganze Zeit hat uns Michi überfahren Und so Nein nein das war Mario Wir alle überfahren Wir haben Scheiße gebaut Lass mich auch überfahren Wir sind jetzt in Okoro Was haben sie für uns Oh Okoro ist das herz der Kokain Produktion in Bolivien Das deutige Netz wurde von El Giorgio aufgebaut Und zwar über 10 Jahre vor Santa Blanca Als ich El Giorgio dem Kartell anschloss Mach ich will auch Nein ich mach die ganze Fotos hier Oh man So ich wär jetzt dafür Wir machen jetzt ne Hauptmission Ja wär ich auch für Dann brauchen wir nen Gefährt und Zukunfts einer raus Ähm Wir haben ein Heli da oben Aber der Chip ist dann schon höher Und hätte es für die beste Methode sein Oder ist das der der kaputt ist Ah ok Hat sich's geklärt Steigt ihr ein Jungs Warte mal kann ich den Kofferraum Das ist wirklich Keiner Führung bedarf Herz muss doch abrollen So voll voll Der Kofferraum geht nicht Das ging grad schluss Ich weh ans Fenster Da fährt ein Ausrufezeichen weg Ja Und wo ist der noch Nein ist egal Das ist wichtig Das ist wichtig Nein müssen Einsätze machen Er hat noch wichtige Information Der flieht grad Mitm Verwarten oder so Ok nicht umbringen Nicht umbringen Genau Holt ihn euch Er hat uns grad entdeckt Mach Seid ihr denn Ähm Es ging hier grad ums Nichts Er ist noch da Er ist noch da Aber wenn er gleich Oh das Ding geht in die Luft Holt ihn weg Bis dah Schnell Ich kann ihn nicht Ich kann ihn nicht Ich heil erstmal Chris Er lebt noch Er lebt noch Er lebt noch Ich heil erstmal Chris Er lebt noch Er lebt noch Wir können ihn noch verhören Ja Kommate und haben wir Juhu Neue Standorte So Äh ne Mission in der Nähe wäre da oben Warte ich markiere Nehme mich dort nicht In dieser Beine wollen ich dass wir weglegen Sie müssen beitreten Ich muss beitreten Mario Ja Sorry Modus Geil Ja America Verkehr In der Mission dürfen wir nicht entdeckt werden Und müssen diese Assistentin senden Okay Ich kümmere mich um die Assistentin Ich verhören Sie mal 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 In James Bond Gewohnheit In James Bond manier was sag ich da So Ähm So Hast du gerade was rausgeschmissen? Nein nur rausgezählt Gott Achso okay Michi Ja Müssen Sie auch eigentlich diese Dokumente an Die in Videoformen Vereinzelt ja Aber das ist manchmal schwierig Weil sehr viel Hier In den Videos Von uns erzählt wird Oh Verstehst? Ja Also jetzt liegt es wieder an uns oder was? Das habe ich jetzt nicht gesagt ne Aber gemeint Können wir ganz kurz einen Zwischenstopp hier bei IC machen Wieso? Oben stehen El Cacho und La Gringa Was gibt's da? Ja Da gibt es was gratis zum Abbau Aber nicht für uns Obwohl Ne Da kann auch sein dass da lieber Leute mit uns Ja Ach ist jetzt die andere Route weg oder wie? Nein Welche Rot? Nein Die Gelbe Nein Ist doch da ich fahre da Ich fahre da Oh Oh Wo hast du den Führerschein nochmal bekommen oder? Ja Das haben die in Bolivien bekommen Hä? In Bolivien damals gab es keine Straße Ich bin einer von den Bolivianischen Amerikanern Ja 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 Amerika Fuck ja Arriba 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 Aufpass Mario Aufpass denn Mario Aufpass denn Mario Drohne fliegt Nicht mehr Steckt den in den Arsch und Typen Aber was ist wenn die über die Leichen entdecken Fällt das nicht auf? Doch Was fällt auf? Ne ich meine wir sollen ganz ganz verstecken Vielleicht bringe die Leute um So ja gut Würde das nicht aufhalten Bereit? Warte ich geh auf meine Position Wir haben hier drei Gegner Oh Mehr Gegner Ja aber drei hier vorne direkt Bereit Okay Mario Die Gegner stehe ja grad am Haupteingang Tango ist tot Die Leichen bemerken die schon nicht ne? Achtung Ich bring den ersten an ja Okay Einer von dreien platziert Ich geh ins nächste Gebäude Bring den zweiten an In der Vase okay Alter die müssen doch bemerken dass wir hier alle Leute umgebracht haben Der erste Die sind alle tot Hier gibt's keiner mehr der was von dir ankommt Okay der dritte Aber das hier ist ein Meersitzer Hallo Meersitzer Das hier ist auch ein Meersitzer Vielleicht müssen wir noch weiter weg Vielleicht müssen wir noch weiter weg Ja oder Bist du nicht weg? Nein Weil wir das andere grad abgebrochen haben Sicher? Wir müssen noch den Ja verlassen in den Bereich unentdeckt Haben wir noch nicht gemacht Wir müssen noch mal den Bereich rein und den unentdeckt verlassen Du hast äh In den nächsten Du hast schon das Story angefangen bevor wir überhaupt hier raus waren Wie sollen wir das denn dann unentdeckt noch verlassen? Ja Rausfahren einfach mal rausfahren Äh Leute rausfahren Leute rausfahren So bevor wir jetzt das nächste anfangen erstmal raus hier Einfach raus Du siehst den geilen Bereich ne? Ja ja ich fahr ja Ich soll hier nicht auffallen Ah ne so ne Lampe Kröte vor uns Fahr doch endlich Immer noch nix bei mir Nee bei mir noch nix Ey Es ist Fahrrad Fahr mal weiter Wir hätten nicht einfach direkt den nächsten Modus anfangen sollen Bevor ihr nicht anfangen Aber hier hätten wir noch was anderes klicken müssen Ihr habt da ist einfach äh Ihr habt die Mission jetzt gerade gefickt oder so Was weiß ich Ihr habt da Da ist einfach schon die Story angefangen bevor wir einfach So Ich nehme jetzt den Wagen Ihr nehmt einen anderen Oder einer noch bei mir Keine Ahnung Wir fahren jetzt mal eine Zeit lang Wir fahren jetzt mal eine Zeit lang Hm Komisch Ja ich glaub das war einfach das ist jetzt ein Bug Weil wir jetzt einfach so die nächste Mission anfangen Wir werden die hier Was wird die hier Die Mission jetzt verkackt Was wird die hier wir gerade noch die eine Mission machen müssten eigentlich. Ja, aber die ist jetzt vorbei, jetzt machen wir die nächste Mission. Die ist ja nicht vorbei, die ist ja gerade noch da. Das ist ja das Problem. Ja, dann müssen wir so neu starten wahrscheinlich. Ja, wir müssen die neu starten, die ist... Ja, wir machen erstmal die hier gerade. Ja, gut, für die Mission, wo wir jetzt sind, wollte ich Chris einladen, aber er lehnt ab. So, hier raus? Warum auch wenn er jetzt abgelehnt hat? Ich hab doch gerade eben gesagt, warum. Für diese Mission, wo wir jetzt sind. Ja. Ich wollte doch kurz gucken, ob wir unsere Mission nicht noch beenden können irgendwie. Die wird gerade durch irgendeinen Blöden. Können wir jetzt doch nochmal die andere wechseln oder wie? Hä? Welche Mission machen wir jetzt? Nee, die ist jetzt verpackt, das können wir nicht... Nee, geht nicht mehr. Wir versuchen jetzt mal gerade die... Wechseln wir mal auf die alte. Ja, das heißt ich muss jetzt... Wir fangen... Ja, muss jetzt hier beitreten oder ablehnen oder was ist jetzt los, hä? Tritt mal uns bei jetzt. Ja, das hat keinen Sinn, die Mission. Äh, verlassen die... Ach, steht da immer noch. Ein bekannter Politiker nutzt Carcitas Resort für seine... Jetzt hast du mich schon wieder eingeladen für die Mission. Ja, weil das noch die andere war. Also nicht hier, wo wir jetzt sind. Doch, 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 doch. Die hier. Ja. Okay. Was ist jetzt daran so schwer zu verstehen? Ja, wir... Da wir jetzt gerade über... Wahrscheinlich drei verschiedene Missionen gesprochen haben. Warum auch immer? Wir sollen den Politiker mit der... Drohne aufzeichnen, ohne entdeckt zu werden, aber... Ich muss die Drohne mal losstecken. Ich muss die Drohne mal losstecken. Drohne fliegt. Und da ist Ziel Nummer drei. Ist das der Politiker? Habt ihr den schon markiert? Ne, nun nicht. Hm. Also merken, wenn die Mission noch nicht vorbei ist, nicht direkt den nächste anfangen. Ja, muss ich ja nicht. Ja, das ist eigentlich... ...noch immer so. Aber das ist das Spiel so. Ich kann nicht in dem Haus. Oder doch, warte mal. Ich kann nicht spoten. Ah, die sind gerade beim... ...techtel-mechtel. Der Politiker da. Wo? In dem Haus. Das ist Geld markiert hier. In dem Haus. Ja, Geld markiert. Ja, genau. Wo der ist. Den müssen wir da nicht klicken. Den sollen wir mit der Drohne aufzeichnen. Oh, du warst unerzogen. Oh, du warst unerzogen. Ja. Ja, man kommt mit. Man kommt nicht in dieses Haus rein. Man kann nur durch das eine Fenster... Ja, doch. Ach so, ja. Da steht ein Countdown oben. Was heißt das? Jetzt ist er wieder weg. Vielleicht so lange. Ich weiß nicht. Vielleicht bis er das entdeckt. Ne, ohne entdeckt zu werden steht da. Ah. Ich glaube, das ist meine Drohne. Ja. Ja, ja. Aber du solltest hier einen Politiker mit der Drohne aufzeichnen. Ich hab's geklaut. Musst du noch irgendwas drücken? Ne. Ich kapier' gerade nicht, was man machen muss. Aber ich kann ja auch mal mit der Drohne da ran. Ja, ja. Aber dann fliegt die auf. Dann kommt der Countdown. Ist das die Frage, fliegen wir auf oder ist das die Aufnahme? Ja. Für mich ist das... Aufsteigen. Aber sicher. Ist das mal auflaufen, ja? Was soll ein Böser, Junge? Ich denke, es bleibt dann fair. Sehr Böse. Ja. Und ich werde dir niemand weiß, wie böse du warst. Malissimo. Ich werde dich bestrafen. Ich werde dich bestrafen. Okay. Gut. Ja. Ja. Das war irgendwie komisch. So, das war es jetzt hier oder wie? Ja, anscheinend. Da sind noch Dokumente. Wow. Das äh... War die spannendste Mission ever. Ja. Deswegen habe ich ja auch nicht gedacht, dass das jetzt so einfach ist. Aber okay. Trittst du noch Chris bei? Achso, ja. Du kannst ja nochmal versuchen, ob wir das jetzt nochmal machen können. Äh, wie komme ich aus diesem Areal raus? Bin ich denn reingekommen? Ja. Habt ihr ein Auto? Ja, ich habe eins. Ich bin jetzt erst vom Gelände. Ihr müsst mich nur abholen. Ja, super. Ich wurde entdeckt und von wem auch immer. Hier mit so einem Heli, ne? Kann mich noch jemand abholen? Ich bin da. Ich bin da mit dem Heli. Willst du mich abholen oder soll ich ein Auto nehmen? Warte mal, Chris fliegt ne Heli? Okay, ich nehme auf. Geht das? Ich kann voll gut Heli fliegen. Ich dachte wir machen was so, du machst Auto, ich mach Heli, aber egal. Ja, klar. Alter, was machst du da? Ich lande! Was ist denn das für ein Land? Ich springe mit deinem Heli. Ich bin dreimal schon hintereinander gelandet. Warum schützt er auf einen von euch? Okay, äh, was ist das? Komm zu dir, komm zu dir. Eh, die Sion, das macht ihr! Kein, ganz normal. Ja, Mario, wo ist irgendwie aufgeflogen? Ist mir nicht da durchgefahren. Geil. Aber wir dürfen, unterdeckten, ja, unterdeckten. Wir fangen uns doch jetzt nochmal an. Das heißt, wir müssen gleich, äh, falschen Sprünken machen. Warte. Ich hab keine Ahnung, wie falsch im Sprung gehen. Boah, Sprünken? Der, der, der hat's doch. Ich hab doch einfach einen Namen geflückt, der Land. Nein. Das will. Äh, ich hab nen kleinen Kampf gerade. Weiß nicht, ob ich das überlege, um den Schatz-Uniter-Troppen. Okay, da sind sie frei, da sind sie losgeworden, die Uniter. Ja, ich nicht. Nein, da kommt noch mehr. Würdet ihr mich mal vielleicht noch abholen? Okay, wenn du nicht die ganze Zeit beschossen würdest. Ähm, fahr da nach vorne! Flieg nach vorne! Ähm, Granate-Bahnung, okay. Ähm. Wir kommen! Wir kommen! Wir kommen immer mehr! Okay, wie soll es jetzt gleich gehen? Wir sollen nicht auf die Straße laufen? Ja, schon klar, aber... Ähm. Guck dir die Straße an! Das ist eine Granate, ich muss mich runter. Oh, holt mich hier unten im Gewisch ab. Am Hang. Sollen Darten, die überall auf uns schießen? Ne, hier unten schießen! Die schießen nicht auf uns! Gleich aber! Boah! Alter, wie tief bist du? Ja, ich wollte ein bisschen Abstand gewinnen von den Typen. Oh, das fällt hinter uns hier. Okay. Noch ein Stück! Noch ein Stück! Ja, ja, bin ich, bin ich, äh... Äh, ja! Passt! Oder? Nein, jetzt nicht mehr! Ich hatte es kurz! Achso, ich dachte, du wärst schon drin! Ne, das noch nicht! Er ist wieder verschwunden! Nochmal! Kannst du nochmal runter? Also, dann kriegst du hier die! Geh weg! Also, ähm... Ich nehm noch einen Plan D! Würde ich sagen! Woll! Dann läst du dich so schnell! Kommt man nicht hoch! Äh, gut! Ich würd mal sagen, äh, so ein kleiner Wii-Start in der nächsten Folge! Ja, super! Sind wir gleich alle gegangen! Mission 1 müssen wir wiederholen! Mission 2 war irgendwie sehr spannend! Und jetzt kam noch die Uni der Tochter! Okay, gut! Ich würd mal sagen, ähm... Ja! Mission 1 von vorhin wiederholen wir dann nochmal in der nächsten Folge! Ja, ich glaub, das können wir einfach so... Wir machen das dann jetzt einfach so ein bisschen erreicht sein! Ja! Jeder weiß, wie's ausgehen müsste, halt! Ja, gut! Oder so! Die machen wir einfach so schnell und dann machen wir in der nächsten Folge! Gut, dann würd ich sagen, bis zur nächsten Folge, Jungs! Und meddles! Und schaltet wieder ein, wenn wir... Ja, in der nächsten Mission verkacken, würd ich sagen! Wir nehmen das Auto! Nationale Sicherheit! Los! Ich werd fahren!